Musik Die Highlights von SVE-TV werden präsentiert von der Sparkasse Trier. Am dritten Spieltag in der Oberliga trifft Eintracht Trier auf die TSG Pferdersheim und ihr seht jetzt die Highlights von SVE-TV, kommentiert von Benjamin Judit und Ali Heinen. Ja, da wird sich schon mal ein kleines verbales Scharmützel geliefert zwischen Luca Cracciotti und Jan-Lucas Doro. Die dürften sich auch noch kennen aus Wormser-Zeiten, wenn mich da nicht alles täuscht. Das kann sein. So, nochmal der Gruß in beide Richtungen. So, langer Ball jetzt in die Spitze, wird abgefangen, kein Problem von Kevin Heinz. Und Robin Gagné geht auf die rechte Seite, nimmt Spang mit und der dann zu Maxim Burkhardt, der jetzt über die rechte Seite geht und nicht zu stoppen ist. Und Flanke kommt super und da ist das Tor! In der zweiten Spielminute und es ist Jan-Lucas Doro, der hier den frühen Treffer markiert für unsere Eintracht. Und das ist jetzt mal ein Auftakt absolut nach Maß. Nicht nur in diese Saison, sondern auch in diese Partie. Und weil es so schön war, gucken wir uns das natürlich nochmal an. Können wir bitte über Maxim Burkhardt reden, was der da für einen genialen Flankenlauf macht? Absolut, und auch Doro, der steht da goldrichtig, Mutterseelen allein, weil Pascal Schmitz ihn nicht im Auge hatte. So, das ist doch genau das, was wir uns gewünscht haben. Ja, Auftakt nach Maß. Also, okay, ich komme gleich nochmal zu dem Treffer. Wacht mir erstmal noch den Angriff ab. Gute Bewegung jetzt von Sven König, der ist jetzt in den Strafraum, zieht ab, nach Schuss. Und das 2 zu 0! Und jetzt klingelt es hier richtig. Keine 60 Sekunden später. Zweite Verwertung, nachdem zunächst Sven König scheitert und dann ganz trocken abgeschlossen. Und ich frage mich, wer es war, Ali, hast du es gesehen? Matteo Biondic, mit der Nummer 11 müsste es gewesen sein. Ja, und auch den Treffer, ich glaube, Feddersheim weiß gar nicht, wie ihn hier geschieht, aber den Treffer schauen wir uns natürlich auch nochmal an. Ja, du hast recht, es war Biondic, der hier kompromisslos abzieht und draufholzt. Gute Bewegung von Kevin Heinz schickt jetzt Sven König. Der hat ein bisschen Platz, vielleicht ein bisschen zu überhastet. Jetzt kommt aber Biondic an den Ball. Und der geht ganz knapp am rechten Pfosten vorbei. So, jetzt erstmal gucken, dass wir das sauber wegverteidigen. Der rutscht durch, nachdem Kevin Heinz den nicht ordentlich klären kann, der Nachschuss. Also Riesengefahr da gerade für Niklas Linke, aber ich glaube fast, der wäre dran gewesen, wäre der aufs Tor gekommen. Schauen wir nochmal drauf. Ja, ich glaube, da war er auf seinem Posten. Das war mit Sicherheit so nicht gewollt mit der Abwehr und der unfreiwilligen Vorlage für Yilma. Einwurf schnell ausgeführt, Kevin Heinz auf Christopher Spang. Kevin Heinz auf Doro. Jetzt im Strafraum, geht am ersten vorbei. Doro Flanke in die Mitte. Abseits. Ich habe sofort auf den Schiedsrichter geschaut, sah mir sehr verdächtig. Und das sieht mir tatsächlich nach Abseits aus. Und toll gemacht von Doro. Ja, und es sieht mir tatsächlich nach Abseits aus. Ja, Gagné, Sven König, Heber, Heinz, 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 Gagné. Fußspitze, die ihm da fehlt. Du, was ist eigentlich aus unserer Sektlieferung geworden? Der ist nur anscheinend stecken geblieben oder wurde von irgendwelchen durstigen Menschen abgefangen. So, jetzt erstmal Biondic. Ein Abseits angezeigt. Biondic macht's alleine. Und macht das 3 zu 0 in der 28. Minute. Und geht da in die Knie vor unserem Schwarzen. So, doppelte Torschütze, Matteo Biondic, 3 zu 0 für unsere Eintracht. Und auch auf der Tribüne feiert man und hat sich erhoben. Und in der 28. Spielminute das nächste Tor. Und wir schauen nochmal drauf. Schöner Pass genau in den Lauf. Und dann Biondic behält den klaren Verstand beim Duell gegen Sören Petzold. Und biegt ab Richtung Ostkurve. Gut behauptet hier von Sven König. Kann jetzt rausgeben auf links. Zu Kevin Heinz. Also ist es in den Lauf. Und Heinz in die Mitte. Und da ist das 4 zu 0. Abseits. Ja. Abseits. Gefiffen. Getreten von Sven König. Von der rechten Seite. Er kommt gut. Da ist dann noch Simon Maurer. Er geht ganz knapp über die Querlatte. Kein Abseits. Aber diesmal kein Zug hinter diesem Schuss. In den in den hinter mir. Boah. Fehlpass von Petzold. Direkt in die Füße von Maurice Busch. Der kann jetzt hier sofort den Gegenangriff starten. Nimmt Kevin Heinz mit. Heinz geht in den 16er. Dann der Pass auf Garnier. Und nur ein Schusschen. Da bringt sich gerade Vödersheim selbst mit Drängnis. Etwas missgelückter Freistoß. Trotzdem sie bleiben im Ballbesitz. Misste aber jetzt eigentlich... Ja, und das gibt Elfmeter, ja. Wir haben auch noch mal einen Blick drauf, da kommt Linke raus aus seinem Tor, ja, und erwischt den Mann. Kastler gegen Linke, wer bleibt Sieger? Ja, Fife-Konzert hier im Stadion. Ja, eiskalt verwandelt, lässt er sich nicht nehmen. Und Thomas Glasen ist jetzt richtig sauer. Unnötig, weiß er selbst. Ja, und Jan Brandscheid, wieder ein Joker-Tor, gerade erst eingewechselt, stellt er hier wieder den Drei-Tore-Abstand her, 4 zu 1, 70. Minute. Und da hat kein Blatt Papier durchgepasst. Da sehen wir Dominik Hintscher. Und obwohl er da bedrängt wird, obwohl er da bewacht wird, Jan Brandscheid, Perrkopf. Tor für unseren SV Eintracht! 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 Eintracht Sören Petzold wieder im 1 zu 1, der Sieger. Chancenbucher. So ist es, da sehen wir es nochmal. Der Konter auch nicht 100% sauber gespielt. Winkel natürlich ein bisschen spitz, aber Pranscheid, der wäre auf der linken Seite hier komplett ungedeckt gewesen. Gut durchgesetzt da von Jan Pranscheid. Und jetzt steiggeschickt, kein Abseits. Pranscheid, 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 Pranscheid! 5 zu 1. Und jetzt haben wir das Ergebnis von Mittwochabend. Und Brandy's on fire. Und auch auf der Bank sind alle happy. Und wir gucken uns das nochmal zum Genießen an. Also kein Abseits, sagt der Schiedsrichter. Glauben nicht ganz korrekt, soll uns egal sein. Und gut abgeschlossen in die linke Ecke. So, jetzt gibt es mal einen Schluck aus der Pulle bei Thomas Glasen. Und jetzt gibt es auch Applaus von ihm. Guter Pass durch den Raum auf Kevin Heinz mit einer schönen Flanke. Und da ist Vincent Bösen und da ist das 6 zu 1. Und jetzt wird es hier richtig bitter für Feddersheim. Ja, das geht hier in der Schlussphase auch alles wieder ein bisschen zu schnell für die Gäste. Ja, und das war ein toller Pass da auf Kevin Heinz. Und Heinz, maßgeschneiderte Flanke auf Vincent Bösen. Einer geht noch, einer geht noch rein. In der 88. Spielminute. Noch ein Tor für unseren SV. Eintracht! 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 Und sie wollen immer eine Saison starten. Und ich schnapp mir mal direkt denjenigen, der hier perfekt ins Spiel gestartet ist. Nämlich Jan Branscheid. Wieder ein Jokker. Der mehr als gezogen hat. Direkt belohnend mit einem Doppelpack. Perfektes Spiel, oder? Für mich ja. Für die Mannschaft auch. Gut, dass wir auch in der Höhe gewonnen haben. Einfach nochmal die Leistung von der ganzen Woche unterstreichen. Und ja, auch ein bisschen Zeichen an die ganze Liga senden. Ich denke, das haben wir heute wirklich, also die ganze Mannschaft, super Leistung gebracht heute. Und bis auf den Elfmeter kaum was zugelassen, vorne die Dinger gemacht. Top. Absolut, das kann ich nur so unterstreichen. Feddersheim grundsätzlich ein Gegner, hatte ich das Gefühl, der hier mit aller möglicher körperlichen Härte zu Werke war. Wie stark habt ihr auf die Socken bekommen heute? Ja, war natürlich ein oder andere Foul dabei. Klar, dass die ein oder andere Mannschaft auch ein bisschen körperlicher spielt. Gerade jetzt auch in der Oberliga. Haben aber auch körperlich gut dagegen gehalten und halt Fußballerisch dann auch nochmal alles auf den Platz gelegt, was wir die Woche schon hatten. Und ja, wie gesagt, die Leistung war top. Sehr zufrieden. Glückwunsch zum Sieg. Leider muss die Mannschaft ein Teil der Strecke ohne dich auskommen. Wie geht's dir? Ja, aktuell geht's mir wieder besser. In der Belastung habe ich so einen schlechten Schmerz, ein bisschen außerhalb des Knies gemerkt. Hat unter der Woche auch so ein bisschen Knieprobleme oder immer mal wieder so ein paar Knieprobleme. Und ja, das war jetzt dann aber auch eher so ein stechender Schmerz. Und ja, war natürlich eine hohe Belastung jetzt auch. Aber ich denke, ja, muss man mal jetzt einfach abwarten, die nächste Woche ab. Wie gesagt, wie es wird. Und dann schauen wir mal. Wir drücken dir ganz feste die Daumen. Und ganz Trier drückt dir die Daumen. Du hast nämlich einen super Start in die Partie aufgesetzt. Und es tut uns schrecklich leid, dass du den Platz verlassen musstest. Grundsätzlich das Spiel deiner Mannschaft 6 zu 1. Heute 5 zu 1 unter der Woche. Ist Trier gar nicht mehr zu stoppen? Ja, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich muss einfach sagen, dass wir wirklich einen sehr guten Fußball spielen. Wenn man sieht, die letzten Spiele auch, wie viele Chancen wir jetzt rausspielen. Ja, ich sag mal, dann hast du halt auch mal 6, 7, 8, 9 Riesenchancen. Wenn wir da die Hälfte davon machen, dann muss der Gegner ja 5 oder 6 gefühlt machen. Also, wie gesagt, wir haben da einen klaren Plan. Und ob wir jetzt zu stoppen sind, das hängt, glaube ich, dann an uns. Wie weit wir das zulassen. Aber wenn wir in die Begegnung so reingehen wie die letzten drei jetzt, dann können uns nicht viele Mannschaften Paroli bieten, glaube ich. Einsertatat 4 als Sportvereiner lesen Einsertat 4 als Sportvereiner lesen Einsertat 4 als Sportvereiner lesen Glückwunsch auch zu diesem Heimsieg. Ein perfekter Auftakt in diese Saison, englische Woche, drei Spiele, drei Siege, 17 zu 2, das Torverhältnis. Thomas, hast du das in etwa so erwartet vor Saisonstart? Nein, das wäre vermessen gewesen. Man wünscht sich natürlich so einen Start, also nicht die Anzahl an Toren, sondern einfach diese zwei Heimspiele zu gewinnen. Und dann auch das natürlich das Derby in Bitburg. Das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Man hat das gemerkt letzte Woche, dieser Brustlöser, dieses 1-0 von Daniel Hammel. Genauso haben wir dann auch auf den Rückstand in Bitburg am Mittwoch reagiert, dass einfach unser Spiel durchgedrückt haben, von Ende verdient gewonnen. Und heute hat einfach, ich habe den Jungs gesagt, es wäre immer schön, wenn wir uns am Anfang mal belohnen würden. Und das war heute auch, das ist in so einer englischen Woche dann natürlich Gold wert. Wenn du da früh in die Führung gehst, der Gegner hat auch zwei Spiele in den Knochen in den letzten fünf, sechs Tagen. Und dann hinten raus, dass wir dann einfach hungrig geblieben sind, einfach die Lust behalten haben, Tore zu schießen, den Zuschauern ein bisschen Spektakel zu bieten. Ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das habe ich auch in der Halbzeit angesprochen, weil da hätte ich ein Problem mit, wenn wir jetzt da irgendwie dann Läppschers runtergespielt hätten und das 3-0 irgendwie gehalten hätten. Nein, das ist genau das, was ich dann noch sehen möchte. Und jetzt haben die Jungs sich auch nach den sechs Wochen jetzt mal zwei freie Tage verdient. Sogar zwei freie Tage, da wird der Jubel gleich nochmal aufbranden in der Kabine, wenn du das verkündest. Trotzdem hatte ich heute öfter mal den Blick auch auf dir, wieder wenig, ich glaube gar nicht gesessen. Und wie groß ist der Perfektionist in dir? Denn wir haben 3-0 geführt und trotzdem sah dein Gesicht manchmal so aus, als hätte es 3-0 gegen uns gestanden. Ja, das ist einfach den Anspruch, den ich an die Truppe auch habe. Ich möchte es halt nicht akzeptieren, dass wir irgendwie irgendwas mit Halbjahr, mit 70-80 Prozent, nein, die Jungs kriegen genug Pausen auch unter der Woche, dass wir die Trainingsteuerung so haben. Aber diese 90 Minuten, es kommen immer 2000 Zuschauer für sie ins Stadion, dass der Verein lebt und dann müssen sie auch für die Zuschauer entsprechend das was zurückgeben. Und zumindest das, was ich immer verlangen kann, ist 100-prozentigen Einsatz und Intensität zu spielen. Da klappt nicht immer alles, aber da haben wir eine gute Sache auf den Weg gebracht und so möchte ich natürlich jetzt weitermachen. Ich hoffe sehr darauf und drücke dir da die Daumen natürlich auch der ganzen Mannschaft. Ein bisschen hat mir das Herz heute gestockt bei Jan-Lucas Doro. Mit dem habe ich eben gesprochen, kann man hoffen, dass er bald wieder zurück ist. Aber grundsätzlich kannst du fast aus dem Vollen schöpfen. Du hast heute auch wieder vier neue Männer gebracht. Bleibt das jetzt so? Das sind natürlich die Wunschlösungen des Trainers. Also ich appelliere immer an die Jungs, dass wir bei dieser Mammutsaison bei 38 Spielen plus Pokal, wir werden alle brauchen. Wir sind toi, toi, toi bisher vom Verletzungsfläch komplett verschont geblieben. Also ich kann immer aus dem Vollen schöpfen. Ich muss immer noch zwei U19-Spieler mit Janus Holbach, mit Flatt und dann mit Maxi Uli sogar drei U19-Spieler oder letzte U19-Spieler aus dem Kader lassen. Und trotzdem haben wir diese enorme Qualität. Und jetzt ist es schön, dass zumindest jetzt mit Ömer, wo es auch der 20. Spieler jetzt schon Spielzeit bekommen hat. Und das lässt mir natürlich auch das Herz dann aufgehen, dass wir in drei Spielen schon so viel Spielzeit generieren können. So viele Torschützen, verschiedene Torschützen. Aber es gibt nichts Besseres im Fußball, als wenn du dich selber belohnst. Der Trainer kann dir klar so ein Bonbon geben und dir Spielzeit geben. Aber wenn die Jungs sich mit Toren belohnen, ist das natürlich für mich das Beste, was passieren kann. Sie belohnen sich selbst, sie belohnen dich, sie belohnen das Publikum. Ich sage vielen Dank, noch mal herzlichen Glückwunsch. Danke, wünsche ich dir auch und auch zwei schöne freie Tage. Für mich geht es morgen, du weißt, in Schleitweiler gegen FC Köln Traditionself mit den alten Recken. Und Montagabend geht es aufs Oberwert, das spielt Kosmos Koblenz gegen F.A. Engers. Also ich gebe ihnen gerne diese freien Tage, die haben das verdient. Und für mich geht aber die Arbeit dann weiter, das ist aber alles okay so. Du hättest es auch verdient, aber vielen Dank für deinen Job. Dankeschön. 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 Dankeschön.